mal hier ein hühnchen rupfen chicken put chicken axt auf beschwörung ach das gewitter ist doch normal das ist passiert immer wenn man hier hühnchen schlachtet und willkommen zurück zu einem neuen projekt hier bei doempepper diesmal wird es sein die trash collection teil 2 und wir werden uns nein moment chicken killer angucken keine ahnung worum es darum geht aber hey is a horror comedy game based on the trashy horror movies of the 80s inspired by the low budget chinese horror films being set somewhere in china we try to und da ist der text vorbei gut interessiert mich auf jeden fall die story möchte jetzt mal genau wissen worum es da geht china 1997 there is an ancient prophecy that people fear a lot written by chinese wrong on top of a mountain the prophecy says that when the sky is red it is forbidden to kill a chicken otherwise a curse will fall on the person a being will come from hell to hunt and kill all those who eat chicken unleashing evil on our world we live thousands of years and peace but someone was about to bring hell to earth das kannst du dir nicht ausdenken sowas aber man schafft es dann doch irgendwie ich weiß nicht ich ahne jetzt schon fürchterlich ist ist das so killer niveau ich weiß nicht irgendwie 616 games presents ramen oh gott wenn es da ramen gibt wird er wahrscheinlich jetzt für sein für sein essen ein hühnchen schlachten um es in seine suppe zu machen und dann kommt der chicken killer so gut wir sind schon wieder in dem laden wir haben eine kasse hier wir haben hier was zu essen und wir haben wieder ein menü rahmen 1 2 3 und 4 00 crayfish chicken sausage salad egg aha okay das heißt wir müssen jetzt wieder was zu essen machen jeder der hier vorbei kommt wird sich wieder was bestellen das kennen wir nun so keine ahnung warum sie jetzt hier ein labyrinth aufbauen mussten aber es ist wieder eine andere frage keine ahnung wer diesen laden finden soll so wie der aufgebaut ist aber was weiß gut ich weiß schon mal wie ich aussehe ich habe sogar ein körper also das ist nicht so üblich in spiel mit ego perspektive dass man auch einen körper hat meistens ist das ja so dass man unten schaut und man sieht einfach nix so hier ein klo rahmen 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 geht also um rahmen oder wie die sogenannte rahmen handlung so hier sind chickens das ist nicht gut das ist nicht gut weil das wird eskalieren der wird sich sicherlich eine axt nehmen und wird ein hühnchen schlachten und ich gehe mal davon aus da jetzt hier nichts passt doch da passiert was so was ist denn da da so an rahmen eins please also ich brauche nudeln ich nicht weil ich brauche erstmal hier glaube ich eine packung ja ich brauche salat noodles chicken und egg chicken und egg bitteschön könnt ihr you don't look very happy my friend personal personal problems friend life is hard ja das ist manchmal so don't be discouraged your ramen is delicious you have great potential as a chicken thank you have a good night friend good night take care hier ist der money boah wie wir das gleich mit bezahlen hast du gleich hier geäxt oder wie sich mal bis zu hause gewartet hätte ja das auch direkt so vom grill ins gesicht hauen können hätte es auch okay ich werde auf jeden fall derjenige sein der dafür sorgt dass der chicken keller kommt ich sehe das kommen ich sehe das auch geiles gebäude direkt so an die mauer gebaut ja es wird das wahrscheinlich wieder so ein ding dass wir jetzt ewig warten müssen müsste jemand mal kommt und nudeln bestellt und währenddessen passiert nicht viel zu ihr arm ist in der mauer drin sag es nur ich nehme schon mal hier eine box mit lian lio rahmen 2 please box rahmen 2 ich brauche nudeln chicken dann brauche ich sausage und ich brauche salat und bitteschön art night dude i'm very tired working too hard this looks like a very good place to work i'm a minecraft streamer but this doesn't make me money that's why i have to work nights here dreamer i still prefer the delicious chicken you make good night friend auch der ex ist hier sag mal kannst du dich einfach mitnehmen später später so wir sind also minecraft streamer der mit seinen streams nicht genug kohle macht und in einem chicken noodle rahmen was auch immer laden arbeiten muss auch nicht schlecht das ist ja mal eine handlung tja manche haben mit dem minecraft stream glück und manche halt nicht das ist wieder hier so ein bisschen die nicht unbedingt negativ seite aber so ein bisschen die schwierige seite von den 616 games du hast dann halt so wirklich stellen dabei wo du dann ewig wartest bis irgendwas passiert drei ja xaoming drei wer hätte das gedacht na gut dann nehmen wir mal die drei wir brauchen auf jeden fall wieder nudeln wir brauchen crayfish wir brauchen chicken und egg egg chicken gönn dir hey captain i'm starving hey man don't worry i take care of your ramen thank you friend you without a doubt make the best chicken in town enjoy your food i hope you enjoy thanks man see you later und gleich wieder gags aber ich glaube ja wenn du in china was ist dann ist ja dieses schlürfen nicht mal respektlos sondern das zeigt auch glaube ich dass es schmeckt und war das japan ich glaube es war auch china oder bin ich mir sicher irgendwo ist es auf jeden fall nicht also ist es nicht irgendwie schlimm wenn sie dann schlürfen oder so da ist das sogar normal ich bin mir nicht ganz sicher wenn ihr es wisst könnt ihr es ja gerne in die kommentare schreiben damit das hier nicht ganz so als falsche informationen rausgeht aber das schlürfen ist auf jeden fall irgendwo ich weiß nicht china japan ich weiß nicht irgendwo ist es auf jeden fall normal werden dann halt so suppen geschlürft und so ich glaube sogar ich habe mal gehört dass wenn du in china eingeladen wirst zum essen oder da bin ich mir auch nicht ganz sicher ob es jetzt china ist und du isst auf dann ist das irgendwie auch glaube ich nicht unbedingt respektlos aber halt auch schwierig weil immer wenn du auf ist dann hat der gastgeber das gefühl hat er nicht genug essen gegeben und muss dann immer versuchen nachzulegen deswegen sollte man auch einfach mal sagen hey ich esse jetzt nicht auf das was höflich ist bei anderen dass man auf ist ist in anderen ländern wieder nicht höflich weil der gastgeber das gefühl hat er hat ja nicht genug essen auf den tisch gegeben so vic zeng hello my friend how are you hey vic what do you need i want a delicious ramen with that extra bit of chicken we are low on chicken i need to kill one more chicken can you wait a bit you can't kill any chickens today my friend because the sky is red uh oh uh oh this one poop killer sound monk are you yourself i am a big fan are you yourself is it you könnte man sagen i am a big fan who is this flying freak what the fuck is going on here i have come to inform you that tonight you will not be able to kill any chickens the sky is red and if you do this something very bad will come after you i am sorry monk but i need to do my job i don't believe in these things i want you captain jg you chose by the way you are not a good streamer now i am leaving goodbye i am so and now captain jg um i am really hungry man do you believe this nonsense i kill a chicken and nothing will happen the monk appeared to warn but i would love to have a ramen with extra chicken don't worry vic i am going to kill the chicken and put it in the pan thank you friend this will make me very happy okay sorry so now we are going to have a chicken and here a chicken put chicken axt demon on on boing so ach that's that's normal that happens always when you here boing and now what do you want to have ramen 4 okay it looks like a normal menu but what do you want to have so we will take the noodles we will take the chicken we will take the egg we will take the sausage we will take the salad please thank you friend you saved my life with this delicious chicken i am just doing my job vic enjoy your ramen were you afraid of what the monk said no man this is a story to scare children i need to go now see you later come come go 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 Da kommt hier ein Monk aus dem Nichts, schwebt hier vor uns rum, warnt uns und ihr denkt sich so, ach, das mit dem Chicken Killer ist doch hier ein Märchen. Wenn ein Monk vor dir rumfliegt und aus dem Nichts auftaucht und ins Nichts wieder verschwindet, dann sollte man schon an etwas Übernatürliches glauben, oder nicht? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Hat ein Hühnchen gekillt? Konnte er nur. Tja, und jetzt? Kommt da jetzt noch was, oder war es das jetzt? Ach Gott, komm. Was ist die Geschichte? Shit, es hat angefangen zu regnen, jetzt gibt es keine mehr Kunden. Oh, du Ärmster. Da liegt mal der Kopf rum. Shit, es ist die Prophe... Prophecy? You shouldn't have killed that chicken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, das hat jetzt geklappt. Ich habe mehrfach davor versucht, meine Axt zu ziehen und ihn zu stellen, den Chicken Killer, aber es funktioniert nicht. Sobald er ausfällt, bist du tot. Und jetzt bin ich ein paar Mal hier rumgelaufen, bis ich gecheckt habe, dass man sich hier im Container verstecken kann. Und jetzt bin ich ein paar Mal hier rumgelaufen, bis ich hier weiß, was zu tun. Ist dir ganz sicher? Oh Gott, der... Der Mönch ist wieder da. Hallo wieder, Captain YG. Ich will dich... Ja, das hat er. Wong, bitte hilf mir. Ich versuchte, dich zu helfen. Ich sagte, dich nicht zu töten, das Chicken. Bitte, dieser Lüntgen wird mich töten. Ah, ich mag wirklich, Like, floating around and talking. Shit. Okay. Das war's. Das war deine Hilfe. Big, hilf uns. Does not work. We would like to eat chicken, so today I'm going to eat you. Oh oh. Big. Nein. Summon the monk, use the power of the chicken, face the chicken killer, escape in third person. Summon the monk, kann der uns helfen? Monk, hilf uns. I ask for your help in a moment of despair. I came to save you, boy. Come on, get on my back. Na, Gott sei Dank. You can't help him, Monk. I'm just fulfilling the prophecy. This boy deserves to live. I will save him. Direction and development war auch Vic Zeng, auch nicht schlecht. Ja, Carl Casey hat wieder mal, äh, die Musik dazu beigesteuert. Natürlich. Weil er was an der Brille gehabt hat, deswegen muss ich ihn mal dazu absetzen. Ähm, ja. Cool. Also wir haben jetzt, äh, ein Hühnchen geschlachtet an einem Tag, wo wir es hätten nicht machen dürfen. Haben damit den Chicken Killer beschworen und der hat uns jetzt alle hier, äh, klar gemacht. Im Endeffekt sind wir einfach nur abgestürzt mit dem Mönch. Aber wir haben ihn ja nur gerufen, weil der Chicken Killer da war. Ja, und das war's mit Chicken Killer. Ein Mörder, der aussieht wie ein Huhn. Der kommt, wenn man Hühnchen an einem Tag schlachtet, wo roter Himmel herrscht. Oder so ähnlich, ja. Ich danke bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zum neuen Projekt hier bei Dreadpepper, wenn ihr mögt. Und bis dahin, äh, ja. Bye, bye. Bye, bye.